Und da sehen wir den Pokalsieger in diesem Jahr. Verdient? Ja, weißt du was? Die Frage stellt sich doch gerne. Gut, wenn du das Ding am Ende hochstimmst und du weißt, du hast den Pott, dann feierst du mit den Fans und hoch die Tasten. Gratulation. Also ja. Ja. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente, ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach was eigentlich jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es soweit. Herrlich, 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 herrlich. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Ich genieße, ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Das stimmt. Tolle Bilder. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison, lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Alles Gute!